Also um die Frage klar zu benennen, Sie gehen eher davon aus, dass Russland sich da in diesem Konflikt durchsetzen wird. Russland wird sich durchsetzen auf Kosten der Ukraine und auch auf Kosten des Westens. Klare Ansage von Herrn Thiele. Wenn mir Ihren Worten jetzt folgt, müssen wir uns als Europäer und insbesondere natürlich als Deutsche dann aber fragen, wenn es so kommt, wie Sie sagen. Werden wir, wird Europa, wird die Welt denn wieder mit Russland sprechen? Wie sollte es denn auf politischer Ebene gehen? Wird es wieder Beziehungen geben oder werden wir nie wieder, jetzt gehe ich in die wirtschaftliche Seite, russisches Gas sehen, bekommen? Wie sollte das eigentlich dann irgendwie weitergehen? Die Welt ist im Wandel. Vor einigen Jahren ging es in Ukraine, Russland los. Heute haben wir große Probleme im Nahen Osten. Und mit großen Blicken haben wir jetzt die Wahl in Taiwan beobachtet. China hat da sich auch bereits dazu geäußert. Kriegerische Auseinandersetzungen weltweit. Die Friedensdividende, die wir seit Jahrzehnten genießen durften, ist passé. Und wir haben heute hier im Studio einen Experten eingeladen, der darüber aus nächster Nähe berichten kann. Er ist Experte. Weltweit wird dazu geladen, zu den Themen zu referieren, zu sprechen. Ich freue mich ganz besonders mit Ihnen, Herr Oberst A.D., Herr Thiele, zu sprechen. Schön, dass Sie heute da sind. Danke für die Einladung, Herr Günther. Ich bin gern gekommen. Ja, sehr schön. Also vielleicht ganz kurz auch dazu. Die Anreise war doch etwas beschwerlich. Köln, es erstickt gerade quasi im Schnee. Es ist immer noch machbar. Aber danke, dass Sie die Mühen auf sich genommen haben. Die Fragen sind offensichtlich, glaube ich. Ja, also vor allen Dingen, die Dimensionen haben sich ein bisschen verändert. Die erste Wahrnehmung, als der überraschende Angriffskrieg von Russland losgetreten wurde, war ja, dass diskutiert wurde in den Medien, ob wir jetzt 5.000 Helme, da können sich die wenigsten noch daran erinnern, ob wir jetzt 5.000 Helme senden sollen, ja oder nein. Das ging Wochen durch die Presse und irgendwann war es soweit. Heute wird das wahrscheinlich einfach so durchgewunken. Panzer werden von A nach B geschoben. Und genauso ist es auch im Nahen Osten, da ist jetzt das erste Schiff entsendet worden, ohne dass es großmedial begleitet wurde. Und viele fragen sich natürlich jetzt, wann endet eigentlich dieser Krieg? Wir bleiben zunächst mal in Russland, kommen aber im Laufe des Gesprächs auf alle Brandherde. Wie sehen Sie die Lage in Russland? Das ist wirklich schwer zu sagen, wann der Krieg endet. Tatsächlich kann er schon sehr bald enden, nämlich wenn die ukrainische Front zusammenbricht und implodiert. Dann könnte ein sehr rasches Ende da sein. Die Vorbereitung, die die Ukraine selbst und der Westen treffen, ist eher darauf gerichtet, dass es noch lange geht. Weil man jetzt im Grunde erstmal im Jahr 2024 durchhalten will, die Front halten will, um parallel weitere Kräfte aufzubauen, um dann vielleicht 2025 die Gebiete zurückzuerobern, die man erobern möchte, um eine bessere Position für einen Verhandlungsfrieden zu haben. Also das ist sozusagen noch unausgegoren. Wir sollten uns tatsächlich auf eine dramatische Fortsetzung einrichten. Sei es nun die Implosion oder aber das Weiterführen des Krieges mit schwierigen Ausgangsgrundlagen. Das Bargeld ist eine der letzten verbliebenen Freiheitsbastionen unserer Zeit und es wird wieder darüber diskutiert, das den Bürgerinnen und Bürgern immer mehr wegzunehmen. Unser großer Bargeldreport zeigt Ihnen Möglichkeiten auf, sich vor den kommenden Repressionen zu schützen und die Folgen, die daraus entstehen, ein Stück weit für sich selbst abzumindern. Und wenn das für Sie interessant ist, dann klicken Sie jetzt unterhalb dieses Beitrags und laden sich unseren Bargeldreport kostenlos herunter. Also eine rasche Beendigung wäre dann eher dann so, wenn sich die Ukraine ergeben würde. Anders sehen Sie keine Möglichkeit. Ja, wenn sie zerfällt. Das ergeben an für sich sehe ich auch nicht. Wir haben ja hier verschiedene Probleme. Erstmal das Militär hat eben nicht mehr die Erfolge des Anfangs. Das liegt eben auch darauf, dass sich alle jetzt darauf eingerichtet haben. Auch die Russen sind professioneller und besser geworden. Sie haben eine Kriegswirtschaft eingerichtet, bei der der Nachschub rollt. Wir im Westen zögern immer noch. Auch unsere Munitionsbeschaffung, Waffensystembeschaffung rollen nicht. Die Ukrainer sind auch schlimm verbraucht. Also viele Menschen sind tot und schwer verwundet, traumatisiert. Ein Drittel der Bevölkerung knapp ist nicht mehr im Lande, ist weg. Der politische Widerstand gegen Selenskyj rührt sich. Auch der Generalstabschef ist mit seinem Präsidenten nicht wirklich zufrieden. Also das kann hier an verschiedenen Fronten knacken. Und das könnte dann eben zu einer überraschenden Entwicklung führen. Okay. Wie sehen Sie da die Position der Krim? Ist ja doch eine exponierte Lage, würde ich jetzt mal ein bisschen behaupten. War auch schon länger jetzt umkämpft. Also schon seit Jahren dann auch annektiert letztendlich. Glauben Sie, dass es da nochmal eine Chance gibt, dass es zu Ukraine zurückfallen könnte? Ich sehe das nicht. Im Grunde sind wir auf so einer Status quo ante Lösung aus. Man wird im Großen und Ganzen versuchen, die Ausgangslage des Krieges dann in einem Waffenstillstand, Verhandlungsfrieden erstmal wiederherzustellen. Allerdings würde ich sagen, Ausgangslage minus. Weil es gibt mittlerweile diesen Verbindungsstreifen, den wird Putin halten wollen. Und er will auch versuchen, sicherlich das ein oder andere Oblast noch zu arrondieren und größer zu gestalten, als es am Anfang war. Und Zelensky wird eben versuchen, dies möglichst zu verhindern. Ob das gelingt, ist eben schwierig. Weil seine Ausgangslage, seine Bevölkerung ist viel kleiner, seine verfügbaren Soldaten sind viel kleiner als die Russen. Seine Waffensysteme, Munition sind viel kleiner. Das ist sehr, sehr herausfordernd. Also um die Frage klar zu benennen, Sie gehen eher davon aus, dass Russland sich da in diesem Konflikt durchsetzen wird. Russland wird sich durchsetzen auf Kosten der Ukraine und auch auf Kosten des Westens. Klare Ansage von Herrn Thiele. Wenn mir Ihren Worten jetzt folgt, müssen wir uns als Europäer und insbesondere natürlich als Deutsche dann aber fragen, wenn es so kommt, wie Sie sagen. Werden wir, wird Europa, wird die Welt denn wieder mit Russland sprechen? Wie sollte es denn auf politischer Ebene gehen? Wird es wieder Beziehungen geben oder werden wir nie wieder, jetzt gehe ich in die wirtschaftliche Seite, russisches Gas sehen, bekommen? Wie sollte das eigentlich dann irgendwie weitergehen? Der Schweizer Außenminister hatte ja vor wenigen Tagen in Davos angeregt, tatsächlich mit Russland wieder zu reden. Tatsächlich habe ich das von Anfang an empfohlen, also mit Ausbruch des Krieges. Es machte auch damals aus meiner Sicht wenig Sinn, Putin jetzt als Menschenrechtsverbrecher zu deklarieren, weil das das Gespräch schwer macht. Nicht, dass er keine Menschenrechtsverletzungen vornimmt, nicht, dass das sanktioniert werden muss. Aber es ist sehr, sehr unzweckmäßig, wenn man mit einer anderen Seite ins Gespräch kommen muss, um Frieden zu machen, das als Ballast vor sich herzutragen. So etwas klärt man im Grunde hinterher, wenn der Krieg beendet ist. Und von daher hat unsere Politik, ich sage das mal ein bisschen provokant, sich schlafen gelegt in der Anfangsphase. Stattdessen weiß ja jeder, dass ein Krieg immer politisch endet. Und auch wenn ein militärischer Sieg oder eine militärische Niederlage da ist, die Politik macht weiter. Also unsere Politik hätte nie Pause machen dürfen, um sich darauf zu verlassen, dass an der Front die Dinge entschieden wären. Das war ein Fehler, das hat viel Zeit gekostet, das hat der Ukraine viele Menschenleben, viel Infrastruktur gekostet, viel Leid beschert. Und übrigens auch vielen anderen Menschen denken wir nur an das ganze Thema Getreide, Saatgut, Exporte. Da leiden auch Menschen in Afrika und in Asien. Und natürlich leiden auch Deutsche darunter, weil sie die Lasten mittragen müssen, die diese Kriegslasten mit sich bringt. Also von daher war das kein guter Ansatz. Wir kommen jetzt wohl aber wieder auf diesen Weg, dass man politisch sprechen muss, zurück. Hoffentlich kommen wir da wieder hin. Jetzt haben Sie oft das Wort Kosten, Lasten in den Mund gesprochen, Leid, viele Dinge haben Sie angesprochen. Das bewegt mich natürlich zu fragen, was kostet denn eigentlich dieser Krieg? Wir sind ja heute in einer Situation Anfang 2024, wo wir Bauernproteste, die Landwirte des Landes stehen auf, fahren in Kolonnen nach Berlin und anderen Orten und stehen für ihre Sache ein und jetzt würde ich schon sagen, für unsere Sache. Also die Landwirte stehen ja nicht nur für ihre Sache ein, sondern fortfolgend für eine ganze Gesellschaft. Und da ist sicherlich auch Unmut in der Bevölkerung zu sehen, weil wir, und jetzt sage ich es mal so ein bisschen im Volksmund, für alle Geld haben, aber für die eigenen Landwirte nicht. Wir haben natürlich Sondervermögen Bundes, wir haben das, wir haben das, wird alles zusammengeschossen in der Ukraine, aber für die Landwirte zu Hause, die unser täglich Brot machen sollen, haben wir nichts mehr übrig. Das ist so zumindest die Meinung, die mir entgegenschwappt ein Stück weit. Und da frage ich mich natürlich, was kostet eigentlich so ein Krieg und wie sollen wir das eigentlich bezahlen? Der Krieg bringt viele multiple Kosten mit sich, die sich auch noch in sich multiplizieren. Wir fangen am Anfang an, allein durch das Entkoppeln von bestehenden Handelsverbindungen, Wegen und Strömen, haben wir die ersten Kosten, die durch den Krieg entstehen bei uns, weil das macht ja dann auch Dinge teurer, nimmt sozusagen erwartete Gewinne weg. Das fehlt als erstes. Als zweites entstehen dann die direkten Kosten für den Krieg, also alles, was man an Unterstützung da hineinschiebt. Das sind natürlich viele Milliarden an Kosten, die auch wieder mehrfach entstehen, erstmal indem man sie aufbringt, aber indem man sie eben auch nicht alternativ für andere Zwecke ausgeben. Und zum dritten steht dahinter natürlich wieder der Wiederaufbau. Das ist sozusagen die dritte Sorte Kosten, die in den Krieg jetzt hineinkommt. Und hinzu kommt etwas, Sie haben ja auch gesamtwirtschaftlich und global eingeleitet, wir sind gerade in einer großen Auseinandersetzung, wo geht die Wertschöpfung eigentlich in Zukunft hin? Mehr Richtung Asien oder mehr Richtung USA, das ist ja diese große Auseinandersetzung. Uns kostet dieser Krieg natürlich auch die Positionierung in dieser globalen Auseinandersetzung. Das heißt, wir werden relativ schwächer und werden sozusagen auch in der Zukunft Konsequenzen daraus tragen müssen, dass wir uns im Augenblick wirtschaftlich nicht gut positionieren können. Wir erfahren es ja in diesen Tagen, die anderen Volkswirtschaften springen an uns vorbei, während wir eben rückläufig sind. Das sind alles Kosten ohne Ende. Da hätte ich mir natürlich von Anfang an eine Strategie der Bundesregierung gewünscht, die diese ganze Perspektive einmal in den Blick nimmt, der Bevölkerung kommuniziert. Das ist der Weg, wie wir es machen wollen. Und das ist der Preis, den wir zahlen. Den wollen wir aber auch zahlen. Und bitte tragen Sie das mit. Das wäre sozusagen der Anfang gewesen. So stolpern wir sukzessive hinein und bekommen erklärt, was Putin alles an Kosten verursacht, dass darin unsere Entscheidungen auch eine große Rolle mitspielen bei diesen Kosten. Das geht dabei tendenziell unter. Naos-Konflikt, Ukraine, China, Taiwan. Kommt die Inflation zurück? Soll man jetzt noch in Aktien investieren oder doch lieber in Gold? Wenn diese Themen für Sie interessant sind, dann lade ich Sie herzlich ein, zu unserem großen Lichtenstein-Tag zu kommen am 19.04.2024. Prof. Dr. Max Otte, Dr. Markus Kreil und viele, viele weitere Top-Speaker aus dem deutschsprachigen Raum werden genau zu diesem Thema live für Sie die aktuellen Themen auf den Tisch bringen. Sie sagen es, es geht dabei unter, es wird sogar aus meiner Sicht verzerrt dargestellt. Also letztendlich war es ja die letzten 12, 24 Monate die volkstümliche Meinung, wir müssen für Russland, für Ukraine frieren. Also es ging ja so los, dass wir uns bewusst gegen die Energie aus Russland entschieden haben, ohne aber zu wissen, wie wir das ersetzen können. Also aus meiner Sicht politisch völliges Versagen. Jetzt geht es aber natürlich weiter, die Zeche haben, die Kleinen zu zahlen. Wobei wir natürlich BASF und Bayer da ein Lied davon singen können, das sind nicht die Kleinen, aber am Ende trägt es der kleine Mann. Gleichzeitig haben wir aber Ende 2023, Anfang 2024 eine Inflation, die wieder etwas zurückgekommen ist. Natürlich, wenn man sie kumulativ betrachtet, ist sie immer noch auf einem hohen Niveau. Also die Lebensmittelpreise werden höchstwahrscheinlich nicht mehr günstiger, der Spritpreis wird wahrscheinlich nicht mehr günstiger werden. Aber glauben Sie, das wird dann alles auf die Inflation einzahlen oder wird es über andere Gelder gelöst, also über Sondervermögen? Oder wie soll das Ganze also bezahlt werden? Das ist für mich immer noch ein bisschen undurchsichtig tatsächlich. Ja, die Ansätze überzeugen mich tatsächlich auch nicht. Was praktisch passiert ist, wir verbrennen unsere Speckschwarte. Wir haben eine ziemlich dicke Speckschwarte in Deutschland, darum beneiden uns andere, aber sie schmilzt. Was sie vernünftig machen würden, wirtschaftlich, gesamtwirtschaftlich, wäre in dieses Rennen, das im Augenblick weltweit ist, um disruptive Technologien und damit auch um zukünftiges Einkommen, da müssten wir jetzt eigentlich hineinspringen. Grundlage wäre Bildung. Wir sehen ja, da ist bei uns auch nichts richtig los in dem Bildungsbereich. Grundlage wäre Bildung, Grundlage wäre Investitionen in diese neuen Technologien, ob das nun 5G, künstliche Intelligenz, Robotics, alles mögliche, Quantum sogar. Also es gibt so viele Technologien, die gerade lossprinten. Da sind wir sehr minorat und schlecht. Und das wird uns natürlich das schwer machen, künftig die Zeche zu bezahlen. Irgendwann mal ist unsere Speckschwarte dünn. Und dann müssten wir sozusagen wie Phönix aus der Asche kommen mit den neuen Technologien, in die wir aber jetzt auch nicht vernünftig investieren. Also von daher bin ich skeptisch, inwieweit dieser Ansatz, den wir haben, hinreichend durchdacht ist, ob wir da nicht ein radikales Umdenken brauchen. Jetzt steht ja das Jahr 2024 als großes Wahljahr da. Im November haben wir natürlich dann auch die amerikanischen Wahlen vor der Brust. Und ich glaube, da wird es also spätestens im Sommer hoch und heiß hergehen. Gibt es zwei Protagonisten, die da mitspielen. Offensichtlich der bestehende Biden und Trump, derjenige, der will, aber nicht darf, sage ich jetzt mal. Und die Frage ist natürlich, wer setzt sich durch? Sie haben natürlich auch keine Glaskugel, das ist klar. Und was würde das aber bedeuten für die weltweiten Konflikte, aber jetzt insbesondere auch für den ganz großen Konflikt in Russland-Ukraine? Die Befürchtungen werden immer größer, dass Trump sich durchsetzen wird. Das liegt auch daran, was wir bei uns in den Medien leider nicht so beleuchten, die Biden-Regierung ist auch schwach. Also es ist nicht nur, Trump ist schrecklich, aber macht über soziale Medien, bringt er sich nach vorne. Die Biden-Regierung performt auch nicht so, gerade mit Blick auf die Wirtschaft, wie sich das die Amerikaner von ihm wünschen. Von daher spricht viel dafür, dass Trump kommt. Trump tatsächlich will mit der Ukraine Schluss machen, so wie er auch mit Afghanistan Schluss machen wollte. Wir haben dann gesehen, Biden hat es dann vollzogen. Das ist dann auch so passiert. So werden wir jetzt auch hier vermutlich, wenn Trump kommen sollte, ein disruptives Ende in der Ukraine sehen. So, was bedeutet das? Die Strategie des Westens, angeführt und im Wesentlichen gestaltet von den USA, war ja nach einer kurzen Phase, die Ukraine in der Verteidigung zu stärken, umgeschwenkt darauf, Russland so schwach machen, dass es nie mehr seine Nachbarn bedrohen kann. Das war ja die Ambition, die Strategie, die Amerika angelegt hat und der wir Europäer, ich sage mal, weitgehend unreflektiert gefolgt sind. Ich kann mich an keine strategische Debatte weder in Deutschland noch in Europa erinnern. Wenn jetzt Trump sich rauszieht, stellt sich natürlich die Frage für Europa, wollen wir jetzt diesen amerikanischen Ansatz einfach so weiterführen? Die Amerikaner haben ja auch die Kriegführung im Wesentlichen konzeptionell gestaltet, aus Wiesbaden heraus. Derzeit ist ein Team der Amerikaner in Kiew, um das weiter zu managen. Würden wir dann diese Rolle übernehmen wollen und würden wir das dann weiter alles finanzieren wollen? Ich denke, es wird dann ganz, ganz wesentlich sein, dass wir einen neuen strategischen Ansatz aus Europa fahren. Den würde ich dann dringend anraten. Vermutlich wird er auf einen schnellen Waffenstillstand dringen müssen. Ja, unbedingt. Alles andere hätte mit wahrscheinlich furchtbaren Konsequenzen, müssen wir da rechnen. Aber danke für die Einschätzung.